Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Künzelschau. Heute aus dem Rathausfoyer. Warum erzähle ich euch gleich. Und jetzt heißt es noch schnell sein, denn an diesem Wochenende könnt ihr noch mit abstimmen für den Namen vom neuen Parkhaus unserer Mobilitätsdrehscheibe in Künzelsau. Drei Namen stehen zur Wahl. Welche erfahrt ihr über unsere Beteiligungsplattform. Verlinken wir euch gerne. Und alle Informationen findet ihr sowieso immer unter künzelsau.de. Ja und hier im Rathausfoyer, da findet zum Beispiel auch die Kühneitlei statt mit den Uniques. Die spielen für euch am 10. April, also nächste Woche Mittwoch. Im Winter spielen wir immer Mittwochs. Also die Uniques hier bei uns im Rathausfoyerkarten gibt es noch an der Abendkasse. Und ihr könnt euch über das Wochenende auch zum Beispiel Gedanken machen über das Künzelsauer Bürgerbudget, denn das startet in die neue Runde. 50.000 Euro sind im Topf und gehen an diejenigen, die sich für Künzelsau, für die Allgemeinheit einbringen. Also ein Projekt, welches auch der Allgemeinheit dient, wo ihr euren Teil auch dazu beitragt. Könnt ihr euch gerne informieren über unsere Beteiligungsplattform, welche Projekte es schon gab. Und vielleicht ist euer mit dabei. Es wird dann online abgestimmt und ihr könnt da auch mit dabei sein. Und in der nächsten Woche haben wir dann auch die Flurputzaktion. Künzelsau ist putzmunter. Wir machen uns also nicht nur fit, sondern wir machen Künzelsau sauber für den Frühling. Würde uns freuen, wenn ihr da auch mit dabei seid. Und mit diesen Informationen wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Bis bald.